Die Antwort auf die Frage nach dem Dasein liegt verborgen im Gebäck der Unendlichkeit. Und die Flora und die Fauna und das Plankton. Der Alexander, der Alexander und der Christian. Der Dobrindt, der Gauland und der Dinder. Die Angela, die Ursula und Annegret. Der Retscher, der Viktor und Wladimir. Der Donald, der Boris und Matteo. Der Donald, die Adorno. 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 Der Donald, die Adorno.